Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Schön, dass das hier einfach keinen interessiert. Und zwar hatte ich mir jetzt gedacht, wahrscheinlich hatten wir in der letzten Folge eigentlich was anderes gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Entschuldigung. Ist doch sehr, sehr früh am Morgen. Bei mir. Und ich dachte mir, wir machen hier. Ja, ich merke es. Ein kunstvoller Plan. Helfen Sie John Hammond das Herz seines Mädchens zu gewinnen. Alles klar. Erinnern Sie sich an die junge Dame, mit der ich verlobt war, bevor ich meinen Tod vortäuschte, um zu sehen, was für eine Frau sie ist? Nun, es gibt Neuigkeiten. Ich bin in sie verliebt und beabsichtige, sie zu helfen. Und dabei brauche ich ihre Hilfe. Ich habe auch schon einen Plan. Sie spielen den Part eines Kriminellen und entführen sie. Dann bringen Sie sie dorthin, wo ich auf sie waffe. Ich springe aus einer schattigen Ecke, schlage sie zusammen, rette damit ihr Leben und gewinne ihr Herz. Das ist mit großem Abstand und ohne den Hauch eines Zweifels der schlechteste Plan, von dem ich je hörte. Glaub schon weiter. Nun setzen Sie mich an einen verkommenen Ort ab und ich bereite einen Weg der Hive vor. Irgendwo in Lambeth wäre passend. Aber nicht, dass dann mit ihm was passiert. Das wäre ja auch blöd. Ich habe keinen Führerschein. Ich war ein bisschen vorsichtiger für meine Verhältnisse. Aus dem Grund, da ich ja die Kutsche nicht unbedingt beschädigen will. Oh, ich habe die Ausfass verpasst. Ja, spring vor die Kutsche. Auch gut. Warum nicht? Ich weiß, dass ich finde, bei den Dingern immer so schwer den Eingang. Ich bin mal gespannt, wie schwer das wird. Aber wenn sie glaubt, entführt zu werden. Hm. Achso. Siehst du, das sind sogar Cops. Die jetzt sterben müssen, weil jemand der Meinung war, seine Herzensdame zu veräppeln. Bleib nicht mit mir. Hat er das gerade wirklich gemacht? Du kommst mit mir, ein kleines Führerchen. Lassen Sie mich umgehend los. Was hat das zu bedeuten? Hallo. Hä? Wieso kann ich sie nicht wieder mitnehmen? Rammen. Rammen. Rammen wir die arme Frau. Du kommst mit mir gleich wieder gehen. Oh. Oh. Halt. Hilfe. Ist da eine Frau oben da? Was ist da nur noch da? Es ist ein Problem. Oh, küchtiger Gott. Wir geben ein lächerliches Paar ab. Man wird sie im Handumdrehen schnappen. Lassen Sie mich umgehend los. Kann ich denn nichts tun, damit sie mich freilassen? Nee. Was hat das zu bedeuten? Wir sind ganz unauffällig in der Ecke. Ja. Wir sind ganz unauffällig in der Ecke. Und warum gehen die so rückwärts sonst? Voll unauffällig. Alle wegrammen. Alles klar. Ja. Ja. Wir sind ganz unauffällig. Ja. Wir sind ganz unauffällig. Okay. Und wir müssen uns aufhören. Ich lebe mich jetzt. Ich lebe mich jetzt. Ich lebe mich jetzt. Hachi-Bachi? Lalalalalala... Rinder... Ich glaube, das stand gerade unsere Kutsche. Ich habe kein Geld, wissen Sie? Sie werden furchtbar enttäuscht sein, wenn Sie Profit aus dieser Sache ziehen wollen. Warum machen Sie das? Warum sagen Sie denn nichts? Ich verlange umgehend eine Erklärung von Ihnen. Warum habe ich hier so ein komisches... Lalalalalalala... Hilfe! Diese Scheusal hat mich entfernt! Gib sie frei! Und zwar sofort! Ich werde sie retten, Madam! Denn ich bin John Hammond, dein Verlobter. Ich bin aber sehr verdächtig! Und jetzt? Hier kommt die Bestrafung! Ich bin dir klar überlegt! Nimm das, du schotte! Wieso ist die Misstrauen? Verstehe ich nicht? ich verstehe es nicht also ich darf wahrscheinlich nicht einfach nur blöd da stehen und mich verprügeln lassen aber ihn halt mit so der wachete zu mal tritt sich das ist jetzt auch nicht das geilste und zwar sofort ich werde sie denn ich bin john hammond ein verlobter ich weiß nicht was ich machen soll ich töte den doch wenn ich ich bin dir klar überlegen ich bin dir klar überlegen dass du schotter welch glücklicher zufall dass sie hier waren um mich zu retten nicht wahr und wenn du erlaubst meine liebste bella werde ich vom heutigen tage an stets an deiner seite sein um dich zu beschützen kommen meine liebe lass uns von diesem schrecklichen ort verschwinden dann werde ich dir alles erklären ich sollte zurück zu charlie und charlie um ihn die frohe kunde zu überbringen charlie und charlie achso charles david und charles dickens alles klar charlie und charlie charlie und charlie charlie und charlie charlie scheint ein sehr beliebter name zu sein charlie scheint ein sehr beliebter name zu sein und ende gut alles gut unsere frisch verliebten sind endlich zusammen und werden bald heiraten über geschmack lässt sich eben nicht streiten nun so wie ich sie kenne würde er das nicht überleben ich muss sagen ich finde das recht aufregend ich mag diese art von geschichten mir kommt das merkwürdig bekannt vor ich frage mich warum trinken wir auf john hammond und seine art einer frau den hof zu machen in der tat auf john hammond unseren gemeinsamen freund tja john hammond ich muss die ganze zeit an john hammond in australia park denken so da hätten wir eine mission dort hatten wir auch noch etwas oh ja das machen wir aber ich glaube das ist noch nichts für diese folge dann wäre vielleicht das hier doch etwas besser für diese folge ja jetzt habe ich wieder markiert egal wir müssen schnell reise machen ja für nächste folge könnte tatsächlich die detektiv geschichten wieder sein das würde mich interessieren diesmal scheinbar dann auch in den palast was hat er eigentlich für eine kette das würde mich mal interessieren lieber an mal 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 so da wollen wir hin hättest nicht rüber springen können was ist denn das keine ahnung warum ich nicht auf der pistolen war aber wahrscheinlich hatte ich in einer der letzten folgen der schleichung der sehr steife lesen ich habe eine kugel verschossen jetzt muss ich zwei leute umbringen damit ich die wieder so wie können wir ihnen helfen etwas unglaubliches ist geschehen ein polizist verhaftete mr darwin als sei er ein ganz gewöhnlicher krimineller dieser polizist er ist korrupt bis auf die knochen dessen bin ich mir sicher ich sorge mich so mr darwins sicherheit miss nightingale wissen sie wo sie hin wollten die leute versuchen sein lebenswerk in den schmutz zu ziehen das ist beschämend und ich fürchte mr darwin ist nicht mehr der fitter junge mann der früher die ganze welt bereiste hier finden die beise zu menschen ich warte hier als klar ich glaube da verdammt ein bisschen ausdünnt vielleicht ein bisschen ausdünnt ein bisschen ausdünnt ist aber das ist sie müssen nur ein paar fragen beantworten sie sind etwas aufdringlich oder das höre ich oft sind genau da zwei wo und ja ich erkenne ihn und da komme ich nicht vorbei ich bin die auferstehung dann wusste hier der ausgang so jetzt können wir uns ruhig ein bisschen schneller bewegen ich habe nur befehle ausgeführt einen alten mann verhaften und gott weiß wohin zu verschleppen ist eine feine arbeit für den polizisten und nun so sagen sie uns wohin sie ist der darwin gebracht haben ein mann bezahlte mich damit ich ihn zu seinem lager bringe wie furchtbar wir werden eine kutsche brauchen ich habe da eine auch schon weiter Oh ja, das ist ein Stück. Oh, wir sind schon da. Auf geht's. Alles klar. Boar, schon gar nicht so viel. Der ist sehr geschwächt. Wir sollten Mr. Darwin nicht bewegen, bis ich seine Wunden versorgt habe. Sie sind hier! Angriff! Hey, hallo? Ah. Das hab ich so... Das hab ich grad auf dem Boden gefurfen. Wo wolltest du denn hinten, Assassiner? Ich hab ihn vor! Ich hab ihn vor! Ja, verdammt. Ich hab ihn natürlich genau so hingepackt, dass man... Ich hab ihn nicht so gesehen. Ich hab ihn nicht, ob ich ihn nicht überrascht. Ich hab ihn nicht überrascht. Ich hab ihn nicht überrascht. Oh, ja. Wissen Sie sich aus, Mr. Darwin. Meine Schwester und ich werden Sie bald besuchen. Oh Wen haben wir denn da? Wir waren besorgt um sie, Sir Sie sind recht rüstig für ein Fossil, Sir An den Freunden eines Mannes erkennt man seinen wahren Wert Und voller Stolz zähle ich Sie beide zu den meinen Die Gefahr ist gebannt, Sie müssen nicht fliehen, Sir Was Mr. Darwin nun braucht, ist Ruhe Daher fährt er zu seiner Familie auf die Isle of Wight Ruhe, jawohl Wahre Worte Das ist ein schöner Satz, gefällt mir Ideen und Menschen gedeihen nur dann, wenn sie frei sind Ich denke, das war's dann Und die Folge ist theoretisch zu Ende Das heißt, ich kann schon mal hier hinreisen Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin Ciao